Ich gehe da nicht rein. Wir sind mittlerweile angekommen in Königswarthau und zwar müsste hier genau über dem Jägerhof Familie Peter wohnen und Familie Peter hat die meisten Plüschtiere in Sachsen, nämlich 894 Stück und die gucke ich mir jetzt alle mal an. Los geht's. So, wir sind mittlerweile gelandet und zwar in der Wohnung von Familie Peter und dass das hier ein Kinderzimmer ist, kann man wahrscheinlich unschwer erkennen. Hier wohnt ein Junge, oder? Ja. Wer ist es? Hier ist der Sven. Der Sven. Ja. Und Sven sorgt für Kuscheltier-Nachwuchs. Nein, kleiner Schatz. Wir sind jetzt hier im Kinderzimmer gelandet und hier steht jetzt, sagen wir mal, ein Großteil der Tiere, die zu eurem Rekord gehören, 894 Kuscheltiere sind es. Genau. Ich habe übrigens auch schon meinen Liebling gefunden. Das ist er hier. Und das letzte Kuscheltier, was dazugekommen ist, ist dieses süße, kleine, unschuldige Häschen. Genau. Das kam letzte Woche, diese Woche. Montag mit der Post. Und das ist Nummer 894. Ja. Ist es nicht süß? Ich glaube, wenn man die Kamera mal ganz kurz ein bisschen kreisen lässt und einfach mal hier mal hoch geht. Das ist übrigens das aktuelle Sortiment an Osterhasen. Und hier kann man sehen, dass hier der Rest noch in Tüten verpackt wird. Das sind alles Sachen, die sind jetzt nicht aktuell. Die habt ihr oben auf dem Boden gehabt, oder? Genau. Die sind jetzt auf dem Boden. Da ist zum Beispiel hier Hauptsache dann Vögel und sowas, was zur Vogelhochzeit ist. Dann Weihnachten, die... Was sind das? Rentiere und Teddys und Schneemänner? Ja, natürlich. Hier übrigens das aktuelle Angebot an Möpsen. Wo die schon immer mal Möpse in der Hand haben. Spaß. Und übrigens nicht zu verwechseln mit einem Kuscheltier ist dieses Tier hier. Schläft. Silke, wir haben uns überzeugt. Hier ist die Urkunde. Der Hitradio RTL Sachsen Rekord für die meisten Kuscheltiere in Sachsen mit 894 Stück ist Eurer. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und neben dem schönen, natürlich auch das Pekunäre, hier ist ein Scheck über 500 Euro drin. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gerhard-Musik Untertitelung des ZDF, 2020